Greenhop ist eine Stiftung, die sich um krebskranke Kinder und ihre Familie kümmert, sozusagen. Wir organisieren Plauschal-Esser für diese Familie und die sind meistens sportbezogen. Wir benutzen ein bisschen Energie von dieser Sportwelt, um etwas an die Familien weiterzugeben. Die Familien einzuladen ist das Wichtigste, aber natürlich für die Visibilität von unserem Projekt. Das bietet natürlich eine wahnsinnige Resonanz und dafür sind wir enorm dankbar, dass wir jedes Jahr da sein dürfen. Eine wahnsinnige Sache für uns.